Gehen wir auf den Sack. Wollen wir uns die Grillen, die zirpen? Wir haben hier vorhin übrigens schon riesigen Bären erlegt. Der hat uns verfolgt. Und unser Kamerad hat erstmal ordentlich drauf gehalten. Mit seiner Knarre. So, ich weiß nicht, Alter. Ich find hier keinen Scheißeimer. So weit brauche ich nicht laufen, sagt er. Na ja, aber wo soll ich denn sonst hin, Alter? Ich hab hier nichts gefunden, was einem Eimer ähnlich sehen könnte. Wahrscheinlich ist es komplett einfach. Aber ich find's einfach nicht. Hier ist übrigens mein Kollege drin. Duck Jump, nicht möglich. Aber Gott sei Dank kann man sprinten, ey. Weißt du, ich mach jetzt einfach mal hier hinten die Tür auf. Oder ist hier der Eimer? Da stehen so eine Milchkannen rum, aber die kann ich auch nicht nehmen. Ein Amboss. Ein Hammer. Holzscheite. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu unserem Nachteil ist, dass ich hier aufgemacht hab. Ah, wo ist denn dieser Eimer, Junge? Steht noch ein Scheiß Trecker rum, aber der hat da auch keinen Eimer dran. Oh. 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 Junge, wo ist der Eimer? Ich kotze ab, Alter. Ich guck jetzt mal im Internet, als ob du für einen Eimer über die ganze Map laufen musst. Ja, eben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Where is the bucket? 35 mm. Where is the bucket? Went to a house, find a lighter, but no bucket, this time in the oven. Okay, also, äh, der Scheiß-Eimer kann wirklich irgendwo in dem Scheiß-Dorf rumstehen. Und der eine Typ meinte, er hat den in einem Ofen gefunden. Das könnte ich vielleicht nochmal überprüfen. Also, da hab ich nicht drinnen geguckt. Wusste nicht, dass das möglich ist. Der könnte halt auch irgendwo außen an den Häusern dran stehen. Das dachte ich mir schon. Also, es gibt keinen festen Spawn-Punkt dafür, sagen wir es so. Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. So kann man hier nicht nach Schema F vorgehen. Aber, es ist halt ganz schön zeitfüllende Aufgabe, muss ich mal so sagen. Also, hier in einem Ofen ist es scheinbar nicht. Du hast hier halt auch dieses, diese Samovar-Dinger, dass so ein Tee irgendwas und die Russen saufen ja auch Tee wie die Schweine. Aber, und hier kommt auch bei allem so ein bisschen was raus. Kann hier also aufdrehen, dann kommt hier noch irgendeine Flüssigkeit raus, aber ist auch nicht richtig. Das Ding brauche ich auf jeden Fall auch nicht. Aber man kann es halt benutzen. Warum auch immer. so, dann haben wir noch dieses Häuschen hier. Hier muss ich auch nicht lang gehen. Und das Haus hier ist echt scheiße dunkel. Hier ist auch kein Eimer drinnen. Mann, Junge! Und das fuckt mich jetzt schon so ein bisschen ab, muss ich sagen. Das dauert einfach zu lange, bis man hier was findet. Haben wir noch einen Ofen? Ja, wir haben noch ein Haus, wo ein Ofen drin ist. Da hinten das. Ich guck mal erstmal außen. Nee, hier auch nicht. Boah, wie assi. Achso, das hier wäre wahrscheinlich der Ofen, den er meinte. war richtig. Hier steht auch kein Eimer drinnen. Und den hier kann ich nicht aufmachen. Ja, hm, sehr seltsam. Ist der überhaupt gespawnt, der Eimer? Hatte der seinen großen Auftritt überhaupt gehabt? So, jetzt haben wir wiederum nur noch ein Häuschen und die Kirche. Kirche. Entschuldige. Kirche. Hier draußen vielleicht. Hier war ich aber auch schon drinnen. Gab's auch keinen Eimer. Das ist ein bisschen odd, würde ich sagen. Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Das fuckt schon ein bisschen ab. Doch, dass ich hier irgendwie das Licht anmachen konnte, fand ich jetzt ein bisschen unsinnig. So. Wir haben wieder die komplette Map abgesucht. Na, so gut wie. Und wiederum keinen Eimer gefunden. Okay. Okay. Das finde ich nicht so geil. Das nervt eher. Das ist mal richtig behindert. Hallo, einmal. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Zeig dich. Zieh die Hosen herunter. Bin ich auch schon zum nächsten Mal drin, jetzt. Hier komme ich auch nicht rein. Bescheuert. Absolut bescheuert. I need to find a bucket. Mann. Nicht wahr. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich suchen sollte. Gibt doch eigentlich gar keine Möglichkeiten mehr. Wo das scheiß Ding sein könnte. Ich habe ernsthaft schon alt abgesucht hier. Komisch. Was ist das? War das der Eimer? Oder was? Also irgendwas habe ich da gerade aufgesammelt. Ich probiere es einfach mal. Ne, das war nicht der Eimer. Was zur Hölle war das denn gewesen? Was zu essen? Erdbeermarmelade. Kein Plan. Das ist vielleicht und das ist vielleicht und nochmal ein Hinweis in diesen Betonringen nachzuschauen. So, da war ich auf jeden Fall überall gewesen jetzt. Okay. Okay, das langweilt jetzt echt, Alter. Das ist ja... passiert ja auch nicht. Es kann doch nicht sein, dass man hier über... wie lange... ...60 Minuten im Spiel, ja? Also da waren 10 Minuten ein Intro von, wo man nur gelatscht ist und die restlichen 50 Minuten verbringen gerade damit einen Eimer zu finden. Das ist eine scheiß Tee-Kanne. Da ist er! Ich hab ihn! Der Wahnsinn! Er war in einem, äh... Kamin. So, jetzt aber, Alter. Juhu! Puh! So. Okay, wo muss ich das Ding jetzt hinstellen? Wo kommt hier das Wasser raus? Das war doch offensichtlich. Hallo? Wie benutze ich den jetzt? Mach einfach erstmal ein tolles Foto. Mal kurz die Ruhe genießen. Kann doch nicht wahr sein, Junge. Was soll denn das denn? Warum kann...